Was darf ich machen? Sie dürfen einen Deckel bauen. Ja, mach ich. Dann tun wir jetzt noch mal ein paar Deckel bauen. Das ist ein angenehmer Chef, muss ich sagen, wirklich, es macht Spaß. Der zeigt, wie man das halt macht, fachgerecht, spannend, also tolle Arbeit, mir gefällt das. Ich muss eins sagen, die Arbeit fordert sehr viel Konzentration, man muss aber auch hier sagen, es ist ein toller Klima, das ist wirklich, du siehst, was du schaffst. Also es ist gar nicht so einfach, muss man einfach sagen, aber es ist ein Handwerk, das ich glaube, jeder mit Disziplin und Ausdauer lernen kann. Man braucht Mut, Leidenschaft und man braucht ein starkes Team. Alles, was wir brauchen, egal wofür, ich brenne im Leben. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin so schwer beeindruckt, hier in diesem tollen Werk herrscht irgendwie Harmonie, habe ich das Gefühl. Ich bin sehr, sehr dankbar. Dankeschön. Applaus Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar. Untertitelung des ZDF, 2020